Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Informationsfolge hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, eigentlich wollte ich diese Woche ja einige Let's Plays raushauen, doch da wurde nichts draus. Ich konnte zwar mit Avira meinem Computer die Viren austreiben, doch hat es mich jetzt erwischt. Nicht mit digitalen Wien. Gut, zumindest kann ich mal diese Folge mit etwas Stimme machen und euch erzählen, was ich für euch bereit gelegt habe. Der Sommer nahet am Ende und wir gehen in eine weitere Runde von Let's Plays im MMF-Turns Montag, Mittwoch, Freitag. Vorerst zumindest. Ja, was erwartet uns am Montag, der Start in die Woche? Ein ewiger Kampf nach dem schönen Wochenende ums Überleben. Da bietet sich doch was Survival-lastiges an. In erster Linie werdet ihr The Long Dark, der Story Mode sehen. Und was danach kommt, wir werden sehen. Mittwochs. Der Kampf geht weiter. Die Tarnen kämpfen miteinander. Ja, und deshalb steigen wir in den Sitz. Reactor Online. Sensors Online. Weapon Online. All Systems Nominal. Und so weit geht's los. Mech Warrior Online. Nein, wir starten durch und schauen mal, was unsere zweibeinigen Macks so hingeben. Steigen und Schlagfeld gegen andere Spieler. Ja, werden auch mal verlieren, aber hauptsächlich auch gewinnen. Ja, freitags. Ja, freitags. Fantastisch. Das Wochenende steht vor der Türe. Der letzte Tag der Woche ist durchlebt. Fantastisch ist ein gutes Sprichwort. Wer meine Streams gesehen hat, der weiss sicher, was ich zwischendurch gezockt habe. Na ja, das bleibt ein Geheimnis. Wenn ihr den Stream nicht gesehen habt, dann müsst ihr bis nächsten Freitag warten. Aber das wird fantastisch. Ein RPG von Bethesda. Ja, ich lade euch herzlich ein, zuzuschauen. Ja, Stichwort Stream ist ein gutes Stichwort. Der Stream wird nach Lust und Laune gemacht. Arbeitstechnisch als Schichtarbeiter wird es mir fast nicht anders möglich sein. Ich werde kurz vor Ihnen ankündigen, schaut doch einfach rein, lasst ein Abo oder ein Follow da, dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Wie auch hier auf YouTube. Was wir zocken, wie wir zocken, was alles kommt, das schauen wir. Es kommen noch massiv neue Spiele raus. Wie gesagt, wir schauen nach und nach, was uns da gerade so ins Auge sticht, wo wir weitermachen können. Ja, vielleicht auch Spiele, wo wir uns etwas unterhalten können über den Chat. Macht Ihnen mal Laune. Schaut doch endlich mal rein. Ja, kommt vorbei, schaut rein, lasst einen Kommentar da, schreibt was Nettes. Kann auch eine Kritik sein. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns. Euer Serbons.